Schanana, das Wandern ist der Strichmännchenslust. Aber wo bin ich hier eigentlich? Hm, eine Höhle. Hehehehe. Buh! Aaaaaaah! Uff! Mann, was war denn das eben? Okay, und nochmal. Buh! Aaaaaaah! Uff! Was war das denn eben schon wieder? Und wo zum Kurzpin noch eins bin ich hier gelandet? Und wieso waren die Fragezeichen über mir gerade pink und violett? Aber vor allem, wo bin ich hier gelandet? Hi! Okay, Schluss mit lustig. Was soll das? Du fragst dich sicher, wo du hier gelandet bist? Aber nein, wie kommst du denn bloß darauf? Du bist im Himmel. Du bist verschreckt gestorben. Und weil es ziemlich armselig und bemitleidenswert ist, haben sie dich hierher gebracht. Das ist nicht dein Ernst. Mach dir nichts draus. Mich haben sie auch aus Mitleid hierher gebracht, weil ich so hässlich bin. Wie jeder weiß, sind alle Strichmännchen böse und kommen deswegen in die Hölle. Nur wir beide sind hier. Ist das nicht klasse? Wir können für immer beste Freunde sein. Aaaaaah! 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 Aaaaaah!